Hi Leute, wie geht's heute? Hier ist euer Matzicin. Morgen fahre ich an den Urlaub, wie einige von euch schon bereits wissen, die meinen Livestream schauen, da habe ich es ja schon ein paar Mal gesagt, und auf meiner Facebook-Seite. Und ich wollte euch noch ein paar Infos da lassen, wie es dann weitergeht mit den YouTube-Videos, was kommen wird, was geplant ist, was ich gerne machen möchte, und natürlich auch was dazu sagen, was ich auf meinem Livestream streamen werde. Wird wohl auch der gleiche Content sein, der dann auf meinem YouTube-Kanal kommt. Natürlich nicht der gleiche, aber das gleiche Spiel. Nämlich, manche werden es schon erraten haben, nämlich habe ich ja aktuell sehr viel Lust auf das Spiel Hearthstone. Ich habe schon versucht, einen Beta-Key dafür zu bekommen. Eine US-Beta-Key hat leider nicht so ganz geklappt. Und die EU-Beta soll ja in den nächsten Wochen starten. Das ist aktuell die letzte Aussage von Blizzard gewesen. Und da kommen die zwei Wochen Urlaub mir gerade recht. Denn dann sitze ich hier nicht jeden Tag und warte auf einen Key für das Spiel und habe ein bisschen Ablenkung. Eigentlich eine ganz coole Sache. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass die Beta jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen startet, dass ich dann nach dem Urlaub starten kann mit euch zusammen. oder halt mit einsteigen kann, das Spiel auf einem Livestream zu streamen und natürlich auch Videos dazu zu bringen, Guides, whatever, was man da machen kann. Keine Ahnung, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so wünscht. Und ja, einige werden jetzt bestimmt sagen, Hudson, spiel mal lieber Diablo. Ich habe aktuell nicht so wirklich mehr Lust, Diablo zu spielen. Ich finde das Ganze ein bisschen ausgelutscht und liegt einfach daran, dass kein wirklich neuer Content da ist, kein neuer Patches rausgekommen. Und das Ganze wird sich auch noch lange, lange hinziehen, denke ich mal. Und tja, ich habe halt alle Charaktere jetzt gespielt. Barbar, Witch, Doktor, waren so die Charaktere, die mir am besten gefallen haben. Und ja, es macht einfach gerade keinen Spaß. Und darum geht es ja. Das Spielen soll ja mir Spaß machen in erster Linie. Darum geht es ja hier. Und die Videos sollen mir natürlich dann auch Spaß machen. Der Livestream auch. Und wenn mir Diablo 3 halt gerade keinen Spaß macht, dann machen mir da auch genauso wenig die Videos dazu Spaß, die zu machen. Und deswegen wird es wohl so sein, dass das dann erstmal so die letzten Diablo 3 Videos waren. Und wenn ich dann nach zwei Wochen wieder da bin, dann geht es dann mit Hearthstone los. Hearthstone wird ja aktuell schon von anderen Livestreamern sehr, sehr, sehr viel gespielt. Es gibt, ich glaube, zwei deutsche Livestreamer bis jetzt, die Glück hatten und einen USB-Beta-Key bekommen haben. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich hoffe, ihr freut euch genauso viel auf das Spiel. Und ja, ich hoffe, ihr wünscht mir einen schönen Urlaub. Morgen geht es los. Nach Dänemark wird es gehen. Und ja, bleibt dran. Bleibt auf meinem YouTube-Kanal. Wird mich freuen. Wir sehen uns ja in zwei Wochen wieder. Wie gesagt, heute Abend gibt es nochmal einen Livestream. Höchstwahrscheinlich, falls mir mein Provider keinen Strich durch die Rechnung macht. Ich habe ja die letzten zwei Tage auch versucht, abends zu streamen. Aber ging ja leider nicht. Kabel Deutschland hat wie immer Probleme gemacht. Und ja, heute Abend wären wir höchstwahrscheinlich. Ich kann die Diablo 3 zocken. Aber ich weiß noch nicht, was wir zocken können. Ihr könnt gerne auch Vorschläge in die Kommentarzeile schreiben. Ich werde den Livestream vielleicht so ab 20 Uhr oder 22 Uhr anschalten. Je nachdem, wie ich fertig werde für die Urlaubsvorbereitung. Und dann sehen wir uns heute Abend. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr auch einfach auf meiner Facebook-Seite gucken. Da schreibe ich eigentlich immer direkt rein, wenn mein Livestream dann online ist. Ja, ich hoffe, ihr versteht das mit Diablo 3, dass mir das aktuell keinen Spaß mehr macht. Und ja, ich wünsche euch trotzdem weiterhin viel Spaß beim Spielen. Wir sind jetzt auf meinem Livestream. Bis dann, euer Matzicam.